255 Mal innovativ, kreativ, jung und frisch. Das bekommt die zwölfköpfige Jury des ISPO Brand New Awards zu sehen. Im Dezember treffen sich die Brand New Juroren, um die herausragenden Startups der ISPO Munich 2013 in acht Kategorien zu bestimmen. Der ISPO Brand New ist der weltweit größte Jungunternehmerwettbewerb des Sports Business und der Gewinn eines Awards bietet einem Startup eine große Chance. Brand New ist ein wichtiger Schritt für eine Marke, um sich in der Industrie und in Europa einen Namen zu machen. Top oder Flop? Darüber entscheidet eine bunt zusammengewürfelte Jury, die größtenteils aus ehemaligen Gewinnern oder Finalisten des ISPO Brand New Awards besteht. Aber welche Kriterien machen überhaupt einen Award-Gewinner aus? Ein Top Brand New Produkt für mich ist definitiv das Ganze, overall, aus Design, aus Nachhaltigkeit, aus Innovation vor allem. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es wirklich was Neues ist. Heißt ja nicht umsonst Brand New. Sieht so ein Gewinner aus? Die Kreativität der ISPO Brand New Teilnehmer kennt keine Grenzen. So gewinnt eine Waschbärenmütze mit integrierten Kopfhörern den Style Award. Und der individuelle Sports Shake Shake Fit überzeugt die Jury in der Kategorie Fitness. Die besten Brand New Produkte bekommen mit einem eigenen Stand im Brand New Village ideale Startvoraussetzungen für die Zukunft. Vielleicht als Trendsetter des Sports Business von morgen. Soweit ein Musik Vielen Dank.